Wir haben im letzten Video das Gewicht von unterschiedlichen Gegenständen verglichen, Gegenstände mit unterschiedlichen Wagen gewogen und die Gewichtseinheiten Kilogramm und Gramm genauer angesehen. Sollte dir das nicht bekannt vorkommen, dann schau dir bitte zuerst dieses Video an. Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass man das Gewicht von Dingen unterschiedlich angeben kann. Manchmal steht hinter der Gewichtsangabe ein G für Gramm oder KG für Kilogramm. Manchmal werden diese Zahlen sogar durch Kommas unterteilt. Das kann ganz schön verwirrend sein. Wie du trotzdem verstehst, was die unterschiedlichen Gewichtsangaben bedeuten und wie du diese umrechnen kannst, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Wie immer kannst du auch bei diesem Video wieder mitmachen. Ich werde im Lauf des Videos Fragen oder Aufgaben stellen. Und wenn du dieses Zeichen eingeblendet siehst, dann drück einfach kurz auf Pause und überleg dir eine Antwort dazu. Drücke dann wieder auf Play und hör dir meine Antwort auf die Frage an. Nimm dir am besten gleich ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand, damit du mitmachen kannst. Viel Spaß dabei! Vielleicht erinnerst du dich noch, diese Mehlpackung wiegt 1000 Gramm. Das steht auch auf der Verpackung. Ich habe hier nochmal eine Mehlpackung. Auf der Verpackung steht 1 Kilogramm. Wenn wir das Gewicht der beiden Gegenstände miteinander vergleichen, merken wir, sie sind gleich schwer. Damit haben wir gezeigt, 1000 Gramm sind genauso schwer wie ein Kilogramm. Man sagt auch, 1000 Gramm ist gleich ein Kilogramm. Das ist wichtig für das, was jetzt folgt. Also merke jetzt hier. Diese Tafel Schokolade wiegt 100 Gramm. Ihr Gewicht ist also in Gramm angegeben. Man kann Gewichte aber auch in Kilogramm angeben. Hier muss man dann oft ein Komma setzen. Oder man gibt das Gewicht gemischt in Kilogramm und Gramm an. Schauen wir uns zuerst das Umwandeln in die gemischte Schreibweise etwas genauer an. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Dazu überlegen wir zuerst einmal, wie viele ganze Kilogramm stecken in den 100 Gramm. Denke an das, was du dir vorher merken solltest. In den 100 Gramm stecken 0 ganze Kilogramm. Diese 100 steht natürlich für 100 Gramm. Zu 100 Gramm kann ich in der gemischten Schreibweise also auch sagen 0 Kilogramm und 100 Gramm. Machen wir einen Versuch, um zu sehen, ob du verstanden hast, was ich gerade erklärt habe. Wandle einmal 5100 Gramm in die gemischte Schreibweise um. Überlege wieder zuerst, wie viele ganze Kilogramm in den 5100 Gramm stecken. In 5100 Gramm stecken 5 ganze Kilogramm. Es bleiben 100 Gramm übrig. 5100 Gramm sind also 5 Kilogramm und 100 Gramm. Wie sieht es hiermit aus? 3.444 Gramm. In 3.444 Gramm stecken 3 ganze Kilogramm. Es bleiben 444 Gramm übrig. 3.444 Gramm sind also umgerechnet 3 Kilogramm und 444 Gramm. Letzte Aufgabe dazu. Wandle 50 Gramm in die gemischte Schreibweise um. In 50 Gramm stecken 0 ganze Kilogramm. 50 Gramm sind also in die gemischte Schreibweise umgewandelt. 0 Kilogramm und 50 Gramm. Schauen wir uns nun einmal die Umwandlung in die Komma-Schreibweise etwas genauer an. Hierbei nehmen wir die Einheitentafel zur Hilfe. Bei dieser Einheitentafel hier gibt es eine Spalte für Kilogramm und eine Spalte für Gramm. Diese Spalten sind dann nochmals unterteilt. Schauen wir uns zuerst einmal die Gramm-Spalte an. Da 1000 Gramm ein Kilogramm sind, kann ich hier in der Gramm-Spalte höchstens 999 hineinschreiben. Wir haben unter Gramm also eine Hunderter, eine Zehner und eine Einer-Spalte. Schauen wir zu Kilogramm. Wenn wir mit ganz schweren Gewichten rechnen, benötigen wir auch hier Hunderter, Zehner und Einer. Uns genügt hier aber erst einmal eine Einer- und eine Zehner-Spalte. Wichtig! In jeder Spalte darf immer nur eine Ziffer stehen. Wenn ich eine Gewichtsangabe richtig in die Einheitentafel eingetragen habe, kann ich sie leicht in eine andere Schreibweise umwandeln. Starten wir wieder mit der Schokoladentafel und dem Gewicht von 100 Gramm. Erinnerst du dich an vorhin? In 100 Gramm steckt kein einziges ganzes Kilogramm, also Null. Hast du eine Idee, in welche Spalte ich diese Null in meiner Einheitentafel schreibe? Diese Null notiere ich natürlich unter Kilogramm. Dort schreibe ich die Null in die Einer-Spalte. Jetzt haben wir immer noch 100 Gramm übrig. Diese muss ich natürlich unter Gramm schreiben. Die 1 schreibe ich in die Hunderter-Spalte. Die Nullen schreibe ich in die Zehner- und Einer-Spalte. Wenn wir diese Grammangabe nun in eine Kommazahl umwandeln, müssen wir einfach die Tabelle ansehen. Ein Komma wird immer dort geschrieben, wo die beiden Einheiten Kilogramm und Gramm voneinander getrennt werden. In unserem Fall trennt dieser Strich hier die beiden Einheiten Kilogramm und Gramm voneinander. Das Komma schreibe ich also nach der Null. Unsere Gewichtsangabe heißt nun 0,100 Kilogramm. Die Ziffern hinter dem Komma nenne ich einzeln. Wichtig! Bei der Kommazahl schreibe ich immer die größere Einheit, in unserem Fall Kilogramm, hinter die Zahl. Die beiden letzten Nullen kann ich weglassen. Das darf ich aber nur, wenn es Nullen sind und wenn diese am Ende stehen. Ich kann also auch sagen, 100 Gramm ist gleich 0,1 Kilogramm. Probieren wir es noch einmal gemeinsam. Wir wollen einmal 2050 Gramm in die Komma-Schreibweise umwandeln. Frage. Wie viele ganze Kilogramm stecken in dieser Zahl und wo notiere ich sie in der Einheitentafel? In 2050 Gramm stecken zwei ganze Kilogramm. Diese notiere ich natürlich unter Kilogramm in der Einerspalte. Bleiben noch 50 Gramm übrig. Wo trage ich nun die 50 ein? Ich trage die 5 unter Gramm in die Zehnerspalte ein. Die vordere Null kommt unter Gramm in die 100er Spalte, die hintere Null in die 1er Spalte. Kannst du nun sagen, wie die Kommazahl heißt? Die Kommazahl lautet 2,050 Kilogramm. Die letzte Null kann ich weglassen, sodass ich auch sagen kann 2,05 Kilogramm. Machen wir noch eine Aufgabe gemeinsam. Wir wollen die 700 Gramm in eine Kilogramm-Angabe umwandeln. Wie viele ganze Kilogramm stecken in diesen 700 Gramm? In diesen 700 Gramm steckt kein einziges ganzes Kilogramm. Ich schreibe unter Kilogramm in die 1er Spalte eine Null. Die 700 trage ich unter Gramm ein. Wie lautet die Kommazahl? Die Kommazahl lautet 0,700 Kilogramm. Wie kann ich diese Kommazahl noch vereinfachen? Ich kann die beiden letzten Nullen weglassen. Die Gewichtsangabe lautet dann 0,7 Kilogramm. Probiere nun einmal diese Gramm-Angabe selber umzuwandeln. Wenn du Schwierigkeiten hast, zeichne dir die Einheitentafel ab und trage die Ziffern dort ein. In 30 Gramm sind 0 ganze Kilogramm enthalten. Ich schreibe also eine Null unter Kilogramm in die 1er Spalte. Die 30 trage ich wieder hier ein und schreibe in die 100er Spalte 0. Die Kommazahl lautet 0,030 Kilogramm. Die letzte Null kann ich wieder weglassen. Letzte Aufgabe hiervon. Wandle einmal ein Gramm in die Komma-Schreibweise um. In einem Gramm sind 0 ganze Kilogramm enthalten. Ich schreibe also eine Null unter Kilogramm in die 1er Spalte. Die 1 trage ich unter Gramm in die 1er Spalte ein. In die 10er und die 100er Spalte schreibe ich jeweils eine Null. Meine Kommazahl lautet 0,001 Kilogramm. Hier darf ich die Nullen nicht einfach weglassen. Das darf ich nur, wenn diese am Ende stehen und keine anderen Ziffern mehr dahinter stehen. Wir können natürlich auch eine Kommazahl mit der Einheit Kilogramm in eine Gramm-Angabe umwandeln. 1,451 Kilogramm zum Beispiel. Dabei trage ich die Ziffer vor dem Komma, also die 1, unter Kilogramm ein und die Ziffern hinter dem Komma unter Gramm. Ich kann die Zahl nun einfach in der Tabelle ablesen. 1,45 Kilogramm sind umgewandelt 1451 Gramm. Schaffst du auch diese Angabe in eine Gramm-Angabe umzuwandeln? Die 0 vor dem Komma trage ich wieder unter Kilogramm in die 1er Spalte ein. Wichtig! Die Ziffer, die direkt hinter dem Komma steht, kommt unter Gramm immer in die 100er Spalte. Den Rest unter Gramm fülle ich wieder mit Nullen auf. 0,9 Kilogramm sind umgewandelt 900 Gramm. Die 0 muss ich hier nicht mit dazu schreiben, da es sonst 0,900 Gramm heißen würde. Kannst du diese Angabe selbst umwandeln? Das Umwandeln von der gemischten Angabe in die Komma-Schreibweise oder in eine Gramm-Angabe funktioniert genau gleich. Auch hier kann dir die Einheitentafel weiterhelfen. 4 Kilogramm und 201 Gramm. Hier ist sogar schon klar, wie viel ganze Kilogramm in der Angabe stecken. Nämlich 4. Diese schreibt man wieder unter Kilogramm. Die restlichen Gramm kommen wieder unter Gramm. Zu 4 Kilogramm, 201 Gramm können wir also auch 4,201 Kilogramm oder 4201 Gramm sagen. Versuchen wir nun einmal noch, die Gewichtsangaben jeweils in die beiden anderen Schreibweisen umzuwandeln. Wenn dir etwas unklar ist, zeichne dir noch einmal eine Einheitentafel und wandle damit um. Wenn dir etwas unklar ist, dann muss ich noch einmal eine Einheitentafelung sein. Das Umwandeln von Gewichtsangaben ist nicht einfach. Wenn dir das Umwandeln noch schwer fällt, schau dir das Video am besten noch einmal an und mach die Übungen noch einmal mit. In der Beschreibung des Videos habe ich dir noch eine Knobelaufgabe notiert. Hierbei sollst du die 5 Gewichtsangaben der Größe nach von klein nach groß ordnen. Vielleicht kannst du dabei ja anwenden, was du in diesem Video gelernt hast. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und Mitmachen und hast etwas Neues dabei gelernt. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen und mit dem Zusehen und mit dem Zusehen und mit dem Zusehen.